. Nun Mensch, Günni, was ist denn los? Hier läuft doch gar nichts bei dir. Was ist mit einer Rinde? Die Schuppe hat ein bisschen geziebt. Ach, du fährst Schuppe. Ja, dann klar. Dann müssen wir doch mal ein bisschen Pediküre machen bei dir. Wieso? Hast du was mit, oder? Klar, schau die Taschen voll. Komm mal mit. Ne? Haben wir was? Ja, wir hauen die Latten hin, du. Sieht ganz schön scheiße aus bei dir, weißt du das? So Günni, Bügeleisen. Haben wir hier irgendwo Strom? Na ja, Öko-Strom, oder? Na, guck mal, ob du irgendwo eine Steckdose findest. Ich geh mal Strom holen hier. Na, hier, guck mal. Öko-Strom. So Günni, während das warm wird, gucken wir mal, was wir alles dabei haben. Das ist schon auf Täterrenn eingestellt, das läuft schon. Ja, das dauert aber eine Weile. Bis minus Null, plus minus Null. Gelb, bis minus drei Grad, ne? Ja. Guckst du mal ein bisschen, was hier die Temperatur sorgt überhaupt? Ne, doch nicht vom Bügeleisen, der Schnee. Minus 2,74. Was haben wir denn für eine Körnung? Das ist hier 630, was haben wir hier. Feinkörniger Griesschnee und hohe Luftfeuchte. Was sagt die Luftfeuchte? Also, warte mal. Abfahrtswachs. Das brauchst du dann fürs Bügeleisen, ne? Vorne, hinten, eh mal drüber. Ja. Wenn du schnell sein willst, machst du Schuppe auch gleich mit. Dann haben wir hier, dann kannst du auch mischen. Das ist hier bis 0,83. Dann haben wir hier noch das gute alte. Das ist Bussertrauen. Das ist 15. Das geht für Frühlingstemperaturen. Ja, ne klar. Das nimmst du für die Kante. Ja. Und für die Spitze, ganz wichtig. Und für die Zähne hier, für hier hinten, für das, dass der Drive kommt, oder was? Das ist das, wenn du schneller wirst, weißt du, dann erhöht sich ja die Temperatur vom Ski. Mit Selbstbremsung, oder was? Und dafür brauchst du das, weil sonst wird das hier, weißt du, flüssig. Ja. Dann ist es weg. Dann bleibt es in der Läube kleben. Also es ist Ultragrip-Wachsen, sagen wir. Ja, ja, ja. Na klar, freilich. Als Radebeul. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Das ist die Creme. Okay. Die schmierst du sozusagen immer drauf. Die kannst du aber auch ins Gesicht schmieren. Als Sonnenschutz. Das riecht. Geht's, ne? Also die kannst du direkt schon mal ein bisschen warm machen. Ja. Steckst sie in die Hose. So, was sagt ins Bügeleisen, Temperatur? Ja, das ist schon, das könnte schon fast werden hier. Hast du noch ein bisschen mehr Wachs da? Warte mal, hier ist noch. Warte. Ach siehste, hier, das haben wir noch. Das ist aber für Turnläufer, ne? Aber du bist ja auch manchmal der Turngeer. Na, sportlich, ne? Minus eins bis minus sechs. Das erhöhte Steigwirkung. Ja. Also du musst den Berg hoch, das nehmen. Ja. Dann gehst du wieder, wenn du bergab. Gleich umwachsen. Umwachsen. Ja. Oder du möchtest. Und so, wenn ich jetzt rutsche auch die ganze Zeit runter. Ne, da hab's hier den hier für dich. Ja. Das ist hier, das machst du trocken und trocken. Direkt in die, in die, in die Steigzone. Du musst das hier schön verteilen. Das musst du schön, kommst du schön. Die perfekte Kleidwirkung, das steht da hinten drauf. Okay, ne? Ein bisschen einmassieren, ne? Herrlich, genau. Hier darfst du nicht hin, ne? Ne, dort nicht. Hier nicht. Also nur von hier, ne da? Genau. Ja. Ja, ja, ne klar, ne. Aber hinten. Ja, das geht ja herrlicher. Genau, da musst du hin, oder? Schön. Ja, ja. Schön mit Liebe. Also links drehen, oder? Ne, rechts. Achso, rechts drehen, scheiße. Achso, rechts drehen, scheiße. Achso, achten. Achso, achten, ja. Okay, deswegen der Gleichmaß und das tätig, oder was? Sonst bleibst du stehen. Ja, ja, na klar. Ja, da musst du schon die Leute anpassen. Ja. Auf Seite? Ja, ich hab das Ding, ne? Deuterrand steht jetzt. Auf Deuterrand hab ich's gestellt. Ja, ja. Heißt, herrlich. Genau so. Wo jetzt? Also hier vorne? Blau vorne, dann nimmst du hier noch ein bisschen. Hier musst du lila machen. Wie viel? Die Temperatur, es ist kälter geworden. Du brauchst jetzt minus 10. 1 cm. 1 cm breit. 5 cm gelb. Ah, gelb, okay. Und ein bisschen grün musst du auch noch hinmachen. Sag mal, Hintrich, wollen wir dann mal langsam losfahren, oder was? Aber erst müssen wir wachsen. Okay. Was war jetzt gelb vorne? 3 cm? Da sind 2 cm gelb, mein ich. Ja, hier, klar. Und dann nehmen wir hier nochmal das neue Flur. Ah, ja. Ne? Und Steigwachs in der Mitte nochmal. Also das dritte Mal.